Musik Er ist der Gründer des Onco, Online-Marketing-Experte, Medienprofi und der Fachmann, wenn es um die Sichtbarkeit geht. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Joschi Hausberger. Mein absolut höchster Respekt für Joschi Hausberger, was er hier in Bad Göggen auf die Beine gestellt hat, nach Corona ein solches Event zu veranstalten, ist absolute Weltklasse. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und was hier auf der Onco passiert, ist allein in der letzten Stunde, hätte ich nie erwartet. Weil wenn Menschen zusammenkommen, mit den richtigen Ansichten, mit der richtigen Energie, dann passiert das Unglaubliche. Wow! Musik Also Joschi, du bist einfach ein geiler Typ. Was du hier auf die Reihe bringst, was du für Verantwortung nimmst, so ein Event zu organisieren und die Menschen zusammenzubringen, das ist einfach nur gut. Also ich bin ja das erste Mal auf der Onco und Joschi kenne ich schon einige Jahre. Aber er hat wirklich es geschafft, nochmal einen draufzusetzen, weil wie viele Connections er mir hier schon verschaffen konnte, das ist der Hit. Danke dafür. Euch Joschi, well done. Danke. Musik 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 Musik